Hallo ihr Hübschen! Heute mal ein Video an meine ganz, ganz tollen, ähm, pinken Freundin. Die Gräfin Johanna von Deta Pöffel. Ich habe nochmal kurz abgelesen, meine Liebe, sonst, äh, also das ganze lange Ding da, den langen Namen. Für mich bist du meine Johanna. Also, ich habe dich ganz toll lieb und wollte mich ganz herzlich bei dir mit diesem Video bedanken, dass ich, dass wir uns gefunden haben erstens vielleicht, dass wir schon ein bisschen Zeit zusammen verbracht haben. Persönlich, live, dass wir auch ein paar Fotos zusammen gemacht haben und dass wir irgendwie irgendwie immer mal zwischendurch Spaß haben. Ähm, ja, dass du deine Projekte, Wünsche, Träume verwirklichst. Das ist für mich auch, ähm, ich bin begeistert, ich bin einfach begeistert und finde keine Worte mehr. Und bin total dankbar, dass du an meiner Seite bist, ähm, dass wir wirklich noch Zeit verbracht haben schon und Zeit verbringen werden. Hoffe ich mal. Ähm, und dass, ähm, ja, dass alles gut ist, so wie es ist und dass wir alles irgendwie richtig machen und dass es, ja, dass es einfach Spaß macht mit dir erstens. Und, ähm, ich bin stolz darauf, wenn ich, äh, sagen darf, deine Freundin zu sein, wenn du möchtest, äh, weiterhin. Ähm, ja, was noch? Ja, dankeschön einfach, dankeschön für, ja, alles, was du jetzt schon für mich gemacht hast oder was ich für dich gemacht habe, was wir überhaupt schon zusammen erlebt haben. Ähm, weil wir waren ja zusammen on Tour sozusagen schon. Es war nicht ganz so auf, äh, Musiktour, sondern auf, ähm, ja, andere Supertour. Finde ich zumindest. Es hat mir, es hat mir recht viel Spaß gemacht, meine Liebe. Ähm, ja, soviel dazu. Und jetzt mache ich einfach Schluss mit diesem Video und rede nicht noch mehr, weil, was soll man sonst noch dazu sagen, außer ein Dankeschön. So, hab dich lieb, lass es dir nur gut gehen und ich wünsche dir und auch die anderen alle, jetzt, die das gesehen haben, eine schöne Zeit. Ciao.